Hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play Need for Speed Undercover. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Hammer High LP und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Hier hat man gerade das Highway Battle, nee, nee, dieses Outrun beendet. So, dann drücke ich mal wieder auf die G-Taste und dann gucken wir mal, was wir machen. Das hier ist unser erster Job. Ups, das ist auch die Palm Harbor Rally. Dann könnte man auch auf zwei dann mal die Details, die Gangs dagegen sammeln sich zu einem großen Rennen in South Palm Harbor. Sieh zu, dass du auf dich aufmerksam machst. Na, das werde ich doch. Mach auf dich aufmerksam, dann werden sie dich auch finden. All right, girl, you want fire like child. Ja, 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 ja! Also jetzt werde ich auf jeden Fall mal für mein Auto hier dann mal das nächste Mal, also jetzt mal darauf sparen, dass ich jetzt mal mir Nitro hole, weil so geht das gar nicht, ja. Ja, bis jetzt sieht es da sehr, sehr gut aus. Lieber nichts zu haben. Ja, bis jetzt. Da geht's. Oh, wie soll das gut sein? So good. Das ist sicher so, dass ich jetzt gewinnen werde und darf mich dann hoffentlich nicht einholt. Ich hoffe, wir schaffen das dann auch noch auf dominierend. Mal sehen. Jawoll! So muss das sein. Motor. Mit dieser Fähigkeit kannst du deinen Motor über seine normalen Grenzen tunen und die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit deines Wagens verbessern. Nicht übel. Du hast also Hector Mario erwischt. Gut. Er ist der Boss der Autodiebe hier in der Gegend. Nicht übel, sage ich, Homeboy. Dieser Hitzkopf ist sein Bruder Zack. Ziemlich kleines Licht, versucht aber immer den großen Macher zu schützen. Also zieh los. Schnapp dir von den Losern hier einen Wagen. Oh. Jetzt kann ich mir zwischen ein paar Wagen was aussuchen. Gut. Gut, den Pontiac. Naja. Handling, Höchstgeschwindigkeit ist nicht so. Den Volkswagen. Den Lotus. Den Nissan. Den Chevrolet. Der sieht natürlich richtig geil aus. Was? Den Playmouse Heavy. Und den Ford Escort. Ich glaube... Ich entscheide mich mal für den Lotus. Ja, weil ich finde einfach so, alles muss stimmen. Auch das Handling, die Beschleunigung. Ja, und auch die Höchstgeschwindigkeit. Und... Mal so. Das sieht doch nicht schlecht aus. Besser als dieses Anfangsfahrzeug. So, dann können wir ja gleich mal weitermachen. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, dann nehmen wir, denke ich mal, schickes Rundenrennen. Tja, ich bin gerade links und vor mir, da sind meine Traumautos ein Ford Mustang GT. Das ist doch meine schickes Rundenrennen. Das ist doch meine schicke Körner. Die werde ich mir hier auf jeden Fall auch freischalten und dann auch mal so in Tune bis zum Ghetto. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Jetzt dachte ich, dass es da in die Abkürzung reingeht. Das ist schöne Scheiße. So, hier geht's natürlich rein. Ja, da oben, wenn's auch lang gehen können. Oieieieiei, es läuft halt nicht so richtig gut. So, ich sehe mich aber in die richtige Abkürzung. So, mit einem schönen Sprung und ab ins Ziel. Ich hoffe, wir haben noch dominiert. Oh, gut. Na, mal sehen, was wir nun freigeschalten haben an einer Fahrerfertigkeit. Okay. In the Zone Bonus. Ach ja, der Bonus. So, dann machen wir, ja, wir haben jetzt nur noch eine Sprint und so einen Highway Battle, aber ich nehme jetzt mal so einen Sprint. Und, ja, entgegenkommendes Auto reinfahren. Das war mein Ziel. Oh, das ist so gut. Das war's. Ja, das war nicht gut. Ja, also heute bin ich wohl etwas Wodka, keine Ahnung. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen auf das Rennen, damit ich mich nicht ganz so abkacke. Emergency. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal so Kommentare runter machen, ob ich vielleicht auch mal so vielleicht mal 3D-Aufnahmen machen soll. Ob mir das mal gefällt, wenn ich mal so irgendwelche Sachen mal in 3D aufnehme. Ja, da hätte ich auch noch viele Spiele zur Auswahl. Ich würde dann einfach mal gucken, welches ich hier realisieren möchte. Und dann würde ich das für euch in 3D spielen. Ja, also einfach Kommentare dazugeben und das war's. Dann spiele ich das für euch. Räumt, habe ich dominiert. Ach, wunderbar. Und etwas Neues. Bremsen. Mit dieser Fähigkeit kannst du deine Bremsen speziell tunen und das Handling deines Wagens verbessern. Fahrwerk. Mit dieser Fähigkeit verbesserst du das Fahrwerk und Handling deines Wagens. Wir sind bestimmt ein Level aufgestiegen, Level 3. Ja, dann mache ich trotzdem erstmal die, die jetzt davor noch dran waren. Und ich denke mal in der nächsten Folge werde ich es dann mal so machen, dass ich dann auf jeden Fall mal diesen Lotus mal etwas tunen werde. Da muss man dann auch mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall möchte ich erstmal Nitro reinhaben. So ein bisschen Sportfahrwerk oder halt einen verbesserten Motor. Wow, was war das denn? Hä? Ja, das hätte mal so ein Stunt-Probesgebnis. Ja, ich wollte euch jetzt auch mal so ein paar kleine Distanz zeigen. Nee, ich weiß. So. Wow. Einfach mal mittendurch. Wow. Na ja, das Wagen sieht von... äh, das Wagen. Ja, Wagen sieht von vorne so nicht so gut aus, ähm, weil es ein bisschen garniliert ist. Aber von hinten sieht es noch relativ neu aus. Ach du Scheiße. Also manchmal weiß ich echt nur, wo ich langfahren soll. Gut, wir hätten da oben auch durchfahren können. Oh nein, jetzt kommen wir noch die Kopf. Dann muss man dann noch von denen noch abfahren. So, das wird ja jetzt wohl in ihre erste Verfolgungsjagd. So, das wird ja jetzt wohl in ihre erste Verfolgungsjagd. Na, wer sagt's denn? Und schon im Ziel. Sehr schlimm, was ich da probiert. Den Einnahmebonus haben wir jetzt erhöht. Na, super. Drei Prozent. Oh, ich muss noch vor dem Popser kommen. So, hier noch schön rüber. Natürlich war das gegen uns. Was? Zur Hölle. Tja, dann fahr ich jetzt einfach mal hier rein. Kleine Drifteinlage noch. Scheiße, kapital. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Der Wagen soll noch ganz klein. So, Korb, aber jetzt bist du fällig. Sagt schon mal, äh, schon mal tschüss. Bah. Zivirstreife ausgeschaltet. Sachschaden 3000. Na. Wenn man jetzt hier in so einen Ring reingeht, dann geht die Zeit dann schneller ab. So, wir sind entkommen. Das gibt mir nochmal Ruf als Fahrer. 3.750 und nochmal, wow, nochmal 3.450 Dollar so. Na, das lohnt sich doch. Gut, dann gucken wir mal, dass wir gleich noch machen. Also, irgendwie haben wir jetzt nur noch Sprints. Dann machen wir erstmal das Highway Battle. Also, ich muss sagen, die Highway Battles finde ich immer wieder am schwierigsten. Weil da kommt man manchmal auch auf, ob man einen Unfall baut oder nicht. Und, gegen wen fahren wir? Ich glaube, man ist ein Misser. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Links, rechts, rechts fällt. Nein, nur links, unter rechts fällt. Mann, Mann, Mann. Ja. Komm, 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 Lotus, fahr. Komm, guck mal hier. Nee, jetzt bleibt. Die kann man auf der Autobahn einfach nur stehen bleiben. Oder bremsen. Ach, du Scheiße. Komm, komm, komm. Ah, jetzt geht es um 5 Sekunden. Also, das müssen wir nochmal machen. Wie gesagt, ich möchte alles auf dominierend haben. Sehr schön, links, dran vorbei. Kein Rang, kein Rang, links, auf rechts. Ist aber auch schwer einzuholen. Mann, 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 Mann. Was machen die denn hier? Also. 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 Unmöglich, so viele Spuren wechseln von den Fahrzeugen. Komm, das müsst ihr jetzt schaffen. Los. Gibt schon voll was hier. Und der haut auf. Das geht doch gar nicht. Das versuchen wir jetzt noch einmal. Wenn nicht, muss ich diesmal mit einem schnelleren Fahrzeug mal beim nächsten Mal dann versuchen. Aber, ne. Wir versuchen jetzt nochmal. Das ist halt, der haut auf und ich gebe schon was. Wir müssen das jetzt in 10 Sekunden schaffen. Oh Gott, komm, 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 komm. Das gibt's doch nicht. Ja, wieder nur gewonnen. Tja. Gut, das werde ich dann mal machen. So, dann beende ich jetzt hier mal mein, ja, zweites, letztes und dann werden wir mal gucken, was wir demnächst machen. Jetzt sind auch schon andere Sachen schon freigeschalten wie Sachschaden. Und Flucht, ja, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ja, ciao, ciao.